Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal BitcoinTrading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Bitcoin-US-Dollar-Chart und besprechen alle aktuellen Geschehnisse im Kryptomarkt. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Beginnen wir das heutige Video mit den aktuellen Geschehnissen im Kryptomarkt und nach dem TerraUSD-Kollaps kündigt sich jetzt hier der nächste Kollaps eines Krypto-Dienstleisters an und zwar handelt es sich hier um Celsius. Für alle, die Celsius nicht kennen, Celsius ist hier ein Krypto-Dienstleister, wo man Lending betreiben kann. Das heißt also, man kann hier seine Kryptowerte einsenden, um dann eben hier Zinsen auf seine Kryptos zu erhalten. Wie hat Celsius das Ganze finanziert? Sie haben hier die Funds ihrer Kunden verwendet, um sie gehebelt in verschiedenen Defi-Protokollen einzusetzen. Hier haben sie natürlich höhere Zinsen erhalten, als sie ausgeschüttet haben. So konnten sie ja selbst Profite machen und gleichzeitig ihre Kundengelder ausbezahlen. Da jetzt allerdings eben der Kryptomarkt sehr stark korrigiert ist, war Celsius hier nicht mehr im vollen Umfang möglich, alle Kundengelder auszubezahlen. Das hat dann hier wieder zu einem Bankwahn geführt, ähnlich wie wir das eben bei Terra erlebt haben. Noch mehr Kunden wollten ihre gesamten Einzahlungen hier abheben. Das konnte dann natürlich nicht stattfinden. Daraufhin hat Celsius hier alle Auszahlungen gestoppt. Das hat dann natürlich das gesamte Vertrauen in Celsius zerstört. Und wie das nun mal ist, wenn man gehebelt eben unterwegs ist, egal in welchem Investment, gibt es immer einen Liquidationspunkt. Und der liegt hier bei Celsius bei 20.000 Dollar. Das bedeutet also, wenn jetzt der Bitcoin-Preis unter 20.000 Dollar fallen sollte, gibt es hier Einzahlungen in Höhe von knapp einer halben Milliarden Dollar, also 500 Millionen Dollar, die dann hier eben liquidiert werden. Das würde natürlich nochmal einen visiven Verkaufsdruck auf den gesamten Kryptomarkt ausüben und dann auch hier die ganzen Kryptos wahrscheinlich nochmal um einige Prozente nach unten drücken. Die Sache ist eben auch, es gibt hier schon Gerüchte im Hintergrund, dass Celsius kurz vor dem Bankrott steht, dass also hier kurz vor der Insolvenz stehen. Denn hier hat man auch schon auf Etherscan Einträge gefunden, dass im Hintergrund schon Celsius 2.0 gegründet wurde. Das ist hier der eigene Token von Celsius und erinnert ziemlich stark an Terra Luna. Nachdem im Terra Luna pleite gegangen ist, haben sie auch dann Terra Classic und dann den neuen Terra Luna Token kreiert, um einen Neustart zu wagen, was ja auch nicht funktioniert hat. Also, falls an diesem Gerücht etwas dran ist, könnte es tatsächlich sein, dass im Celsius damit rechnet, dass sie hier pleite gehen werden und dass sie dann höchstwahrscheinlich hier ihre gesamten Assets liquidieren müssen, zumindestens hier die 500 Millionen, die vielleicht im Raum stehen. Zudem kommt natürlich auch noch, wie wir in dem letzten Video besprochen haben, dass momentan die Bitcoin Miner unter großem Druck stehen. Einen Bitcoin momentan zu produzieren, kostet ungefähr 30.000 Dollar. Das bedeutet also, je weiter der Bitcoin-Preis unter 30.000 Dollar fällt, desto unprofitabler wird es eben Bitcoin zu minen und desto mehr Bitcoin Miner werden eben auch hier das Minen einstellen müssen, dass sie eben auch pleite gehen und werden dann gegebenenfalls auch ihre Bitcoin liquidieren. Das heißt also, wenn jetzt hier durch den Celsius-Kollaps Bitcoin noch weiter unter 30.000 Dollar fällt, werden umso mehr Bitcoin Miner kollabieren, das Minen einstellen und auch ihre Bitcoin liquidieren, was dann eben nochmal den Verkaufsdruck auf Bitcoin und auf den gesamten Kryptomarkt insgesamt drastisch erhöht. Zudem kommt natürlich auch, dass wir hier makroökonomisch immer noch dieselben Probleme haben. Wir haben die Inflation, die einfach viel zu hoch ist und wieder auf 8,6% angestiegen ist. Und jetzt am Mittwoch werden wir auch die nächste Zinserhöhung sehen. Und hier war es ja eigentlich schon ausgemachte Sache, dass wir 50 Basispunkte sehen. Das war schon eingepreist. Allerdings, da die Inflation eben noch nicht eher peak reich hat, stehen jetzt hier nochmal Spekulationen im Raum, dass wir vielleicht sogar hier eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte sehen könnten. Das wird momentan zumindest von dem Markt zu 33,5% eingerechnet. Und ihr seht, vor einer Woche lag hier die Wahrscheinlichkeit noch bei 3,1%. Also die meisten Markternehmer sind jetzt hier deutlich pessimistischer eingestellt. Und es wird auch stark darauf einkommen, wie eben hier Jerome Paulweil sich äußern wird. Am Mittwoch in der Pressekonferenz wird er hier eher einen falkenhaften Ton einschlagen. Dann rechne ich damit, dass hier wirklich nochmal die Märkte unter Druck kommen wird. Also ihr seht, hier sind hier momentan wirklich viele Krisen. Wir hatten den Terra-Luna-Kollaps, jetzt den vielleicht sich ankündigenden Celsius-Kollaps. Dann haben wir die Bitcoin-Miner, die unter Druck stehen. Und natürlich allgemein auch noch die angeschlagene Situation, was die gesamte makroökonomische Situation angeht. Die hohe Inflation, das alles übt momentan einen hohen Druck auf den gesamten Kryptomarkt und generell auf alle Risk-On-Assets aus. Dann kommen wir jetzt zur Bitcoin-Chart-Analyse. Wir befinden uns auf dem aktuellen Bitcoin-US-Dollar-4-Stunden-Chart. Aber du musst natürlich auch sagen, von den gesamten Krisen kann man als Trader natürlich auch profitieren durch beispielsweise Short-Positionen. Und genau das haben wir in dem letzten Video ja besprochen. Wir haben ja hier gesagt, dass wir auf den Retest hier warten an die grüne Box. Und dann eben hier, sobald wir unter das letzte Tiefenrohr fallen, der Retest erfolgreich ist. Und ab 28.000 Dollar hier, gehen wir dann ungefähr Short in Richtung der 25.000 Dollar. Ich habe euch hier auch mal einen genauen Stop-Loss gezeigt. Hier genau das Risk-To-Reward-Verhältnis. Und jetzt auf den Startblicken seht ihr genau, wir hatten hier mit dieser 4-Stunden-Kerze nochmal einen Retest an den grünen Kasten, sind unter das letzte Tief, also hier unter die 28.000 Dollar gefallen. Und dann war hier der Short-Entry bestätigt. Jeder, der diesen Short dann mitgenommen hat in Richtung der 25.000 Dollar, konnte hier ungefähr 10% mitnehmen. Ich habe hier bei den 25.000 Dollar auch 50% meinen Short-Trades rausgenommen. Als ich dann allerdings gesehen habe, dass wir hier sofort mit der nächsten 4-Stunden-Kerze unter die 25.000 Dollar gefallen sind, habe ich hier meinen Short-Trade weiter offen gelassen. Und den werde ich jetzt auch noch weiter offen lassen, bis wir halt einfach hier wirklich eine Bodenbildung sehen. Das heißt also, ich habe jetzt hier die Hälfte meiner Position noch aktiv Short geöffnet. Ansonsten, wenn wir auf den Lux-Algony-Kartor blicken, sehen wir hier auch, wir hatten hier nochmal ein bestätigtes Short-Signal, schon ungefähr bei 30.000 Dollar. Ihr seht hier wurde der Trend Tracer rot. Wir wurden hier abgelehnt wieder am oberen Rand der IQ-Cloud. Somit hat hier das Short-Signal bestätigt. Das heißt also, auch durch das Lux-Algony-Signal konnte man hier durch die aktuellen Krisen auch Profit machen. Ihr seht, das war hier ein Ausverkauf von ungefähr 22%. Hier haben wir auch nochmal das Orangen X. Das heißt auch jetzt hier Short-Profite realisieren. Das heißt also, falls ihr bei 25.000 Dollar nicht schon die 50% rausgeholt habt, würdet ihr jetzt hier bei 23.000 Dollar spätestens schon mal ein paar Teil-Profite realisieren. Denn wenn wir jetzt auch auf den Wochen-Chart weg sind, seht ihr, dass wir jetzt hier unsere übergeordnete Zielzone, und zwar die 200-Wochen-Durchschnittslinie, erreicht haben. Über die 200-Wochen-Durchschnittslinie haben wir hier schon in einem Video vor knapp 4 Monaten besprochen. Hier habe ich ja auch eben die aktuelle Situation hier mit 2019, 2018, wo wir eben auch den Ausverkauf unter die Sideway-Trans hatten hier an die 200-Wochen-Durchschnittslinie. Und hier haben wir dann auch schon im Februar darüber besprochen, dass diese Situationen durch beispielsweise ein Plex-Worn-Event eintreten könnten, dass wir eben hier auch einen Ausverkauf runtersehen aus der Range in Richtung der 200-Wochen-Durchschnittslinie, die wir jetzt erreicht haben. Ihr wisst ja, historisch war es immer so, dass hier die 200-Wochen-Durchschnittslinie, auch wenn mir hier mit den Rigs mal ein bisschen unter die 200-Wochen-Durchschnittslinie gefallen sind, letztendlich immer der Boden war. Das geht ja wirklich zurück bis 2015. Allerdings muss man natürlich auch sagen, wir hatten noch nie so viele Plex-Worn-Events auf einen Schlag, wie beispielsweise Terra Luna, wie beispielsweise hier Celsius. Und natürlich war makroökonomisch die Situation hier auch nicht so gefährlich, wie sie jetzt ist mit der extrem hohen Inflation und den gestörten Lieferketten. Es bleibt also abzuwarten, ob auch dieses Mal nochmal die 200-Wochen-Durchschnittslinie halten wird. Ihr seht es schon hier, falls die 200-Wochen-Durchschnittslinie nicht halten wird, wäre der nächste Support erst wieder das 2017er Alzertoch hier bei 20.000 Dollar. Meiner Meinung nach ist das Wichtigste in solchen Bärenmärkten, wie wir sie jetzt vorliegen haben, wenn wir einfach diese Plex-Worns-Events sehen, dass man sich nicht verunsichern lässt. Ähnlich wie es hier Anthony Scaramucci von Skybridge Digital ausgedrückt hat. Es ist wichtig, in solchen Phasen diszipliniert zu bleiben und genau das tue ich auch. Ich bleibe hier bei meinem vorformulierten Plan. Ich habe ja gesagt, dass ich hier bei 30.000 Dollar einmal gekauft habe und dass ich nochmal bei 25.000 Dollar und auch an der 200-Wochen-Durchschnittslinie kaufen möchte. Jetzt muss ich allerdings sagen, es ging hier so schnell nach unten, dass ich hier bei den 25.000 Dollar gar nicht kaufen konnte. Das heißt, ich habe jetzt hier an der 200-Wochen-Durchschnittslinie nochmal gekauft und jetzt werde ich natürlich hier abwarten, ob die 200-Wochen-Durchschnittslinie hält. Wenn nicht, werde ich persönlich auch noch den weiteren Ausverkauf einfach weiter nachkaufen. Ich werde hier Dollar-Cost-Avasion betreiben. Und man muss auch sagen, wenn wir uns hier mal die historischen Throwdowns anschauen, ist das, was wir momentan sehen, noch Business as usual. Das heißt, wir sind hier noch in keiner außergewöhnlichen Situation. Ihr seht, wir hatten hier mehrere Korrekturen zwischen 80 und 90%. Momentan haben wir hier eine 65% Korrektur. Das ist also noch in keinem außergewöhnlichen Ausmaß. Und ich persönlich bin hier schon einige Jahre hier im Markt. Ich habe schon einige Bärenmärkte hier mitgenommen. Über 80% Korrekturen. Und bisher war es immer so. Genau diese Phasen, wo keiner interessiert war an Kryptowährungen, wo jeder gesagt hat, was soll der Quatsch mit den Kryptowährungen überhaupt? Bitcoin ist tot. Das waren immer die besten Zeitpunkte, um nachzukaufen. Und deswegen werde ich persönlich auch hier bei meinem Plan bleiben und diese Korrektur weiter durch Dollar-Cost-Averaging nachkaufen. Das ist natürlich keine finanzielle Empfehlung. Das ist einfach nur das, was ich persönlich hier mit meinen Finanzen tue. Das war es schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video ein Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.